Herzlich Willkommen, du Erderringe-Fan da draußen. Schön, dass du zu einer neuen Runde Shadow of War eingeschalten hast. Ja. Wir hauen mal hier weiter. Sie sind uns sicher hierher gefolgt. Sie werden mehr vorfinden, als Sie erwartet haben. Ich würd's halt auch cool finden, dass wenn du in den blauen Gebieten dann halt auch gar keine Orks mehr findest. Das ist halt auch ziemlich cool. Das wär halt auch echt cool. Aber wir müssen jetzt hier erstmal... Oh, wir können ja hier die Bestie anzünden, oder? Was hat doch nicht mehr möglich? oh da perfekt ja nice oder das war es doch oder ja zack ja die viecher tun mir halt schon irgendwie leid aber ja von wie sie da verbrennen die jungs das tut mir halt mega sorry alter aber ja warte mal wir haben jetzt hier wir müssten jetzt hier die eine quest die eine neben quest hier für dieses inventory hier gemacht haben moment war das hier ah ja da ok der dauer von feuer wird bei feinden um 100 100 prozent erhöht oh das haben wir auch direkt geschafft verbündete versuchers noch 50 mehr schaden gegen verfluchte feinde geil meister schützen der stufe 20 plus ok erst schade ich hätte jetzt gern besseres schwert gehabt was ne was ein geilen ja effekt gehabt hätte aber gut ich meine man kann ich alles haben aber wir verbessern und sie immer noch ein bisschen ja machen wir das mal direkt saubere schnitte und sie haben ihre waffen nicht gezogen das scheint mir eltariels werk zu sein sie handelt unüberlegt einige dieser orks hätten gute gefolgsleute abgegeben jetzt langsamer bis verstanden das klingt wie lichtschwert boom 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 ok hmmm oh nass kuhl also kein nasskuhl als du nach Ringgeistern suchst kommst du zu spät also doch nasskuhl Doch bevor ich ihn angriff, sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können Sie uns sagen, was vor sich geht. Du entscheidest nicht wenig am Leben, Lasseringschmied. Das solltet ihr beide nicht vergessen. Das war's für heute. Ah, Moment, ja. Okay, wo ist der nächste jetzt hier? Ich habe gehört, diese Elbenkriegerin ja... Was du nicht sagst. Dann frage ich mich, ob ich jetzt auch träume. Das fühlt sich nämlich genauso echt an, weißt du? Ja, die macht das schon. Haha. So, dann haben wir den. Nicht, dass die Nordmenschen sich noch überwehren. Sie sollten einsehen, dass sie besägt sind. So. Danke. Du kämpfst jetzt für Runes. So, jetzt haben wir hier alles bereinigt. Aber ich würde mal sagen, die Gefahr ist hiermit bereinigt, beseitigt. Okay. Ja, die eskaliert halt schon hart hier hinten, ne? Nimm meine Rüstung mal. So. 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 Jetzt ist das! Komm zu mir in meine Armee, mein gu der. So. Zack, da haben wir noch alle. So. So. ja geil wir müssen den einen hier noch fragen er weiß also nicht wo so zack das rituall zu erschaffen der außergewöhnung befindet es statt niemals wird keine andere menschen die geschehen die sache verhältnir uns entzage dann im wille So, und jetzt. So, viel Spaß, Genas. Hallo? Ich bin da. Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mit Hilfe der Hedir nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orcs, genannt die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besitzt, die Hedir sind trotzdem angreifend. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn. Was ist das? Yes! Sehr schön, Fähigkeitspunkte erhalten. Yes! Wir sind Stufe 14, sehr schön. Okay, äh... Erst Stufe 16, ne? Ist scheiße, ne? Wo hatten wir eigentlich den anderen Hauptmann? Den wir da runtergeboxt haben. Ziemlich Armee. Der war doch der eine, den wir da runtergeboxt haben, ne? Komm, dann schnappen wir uns den mal. Ich hole mir dich. Denn ich möchte dich da haben. Natürlich holen wir unseren Chibi-Bibi-Boy dazu. Weil wir machen jetzt weniger... 50% machen die mehr Schaden, ne? Aber wir können aber mal schauen. Wenn wir jetzt wieder einen Fähigkeitspunkt mehr dazu bekommen. Äh... Ey, was ist jetzt... Das wäre doch mal ganz geil, ne? Ah, das könnten wir auch immer mal gebrauchen, wenn wir so Feinde anzünden wollen. Ich möchte kurz vor Ort nicht mehr werden. Ja, ich weiß nicht, ob das ganz geil ist. Wir gehen mal ein bisschen auf Geist, oder? Und dann machen wir das. Los! Ich möchte, dass mein Kumpel mir hilft. So, zwei Pfeile und die sind eigentlich immer down. Vor allem zwei Kopfschüsse. Ganz einfach. Es ist ganz einfach. Er ist einfach so gut. Oh, ich liebe diesen Typen, ne? Ja. Ja, es ist halt echt so. Ganz einfach. Ich bin bereit. Bringt mir den Grauk. Ich habe keine Angst. Du bist nicht Teil des Plans, oder? Vergiss es. Ich bin bereit. Ja, ich glaube. Das ist ein Pfeil. Oh, das ist gut. Du bist möglich. Du bist du jetzt. Und dann ist es. Ich bin erinnert. Oh. Whoa. Oh. Oh. Los! Boah, wir warten erstmal ab. Nein, nicht schon wieder. Fuck. Ah. Mann, du Kackviech. Oh, du Kackviech, ey. Was ist denn im Visier, oder? Ah, Mist, das war's, ne? Ja, das war's, dann machst du nix. Oh, halt die Fräs. Scheiß Mistviecher, ey. Okay. Das ist so ein Kackraug, ne? Okay. An's sterben gewöhne ich mich nie. Vielleicht sollten wir nicht mehr sterben. Top. Kinders, ihr seid die Besten, ne? Ihr habt so gute, ihr habt so gute Ideen immer. So, oah. Das ist natürlich, ne? Oh, das sind zwei Stück von denen. Da will ich nicht hin. Ey, ja, was können wir jetzt noch schnell tun? Wir könnten uns das mal jetzt schnell holen, ne? Dann machen wir das auch. Dann machen wir das. Dann machen wir das, was wir tun. Dann werden wir das stammen. ... ...eペin. 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 hallo du müsstest mich mal kurz töten also fast töten unter 25 prozent vielleicht noch ein schlag passt das nein miss ja 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 auch man warum habt ihr es getan er ist ja jetzt nicht ernsthaft schon wieder so ein kraut drin oder so okay das ist schon wieder so ein kraut mann 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 was da los ist seiner hügel und wälder er schien zu schaudern sauron sah die welt als chaos und marke die er berichtigen würde seine ringe waren perfekt der einzige marke norns sind die orks saurons vorstellung unvollkommenheit ist abscheulich dann und das ist natürlich auch ne natürlich dann auch immer bewusst anwenden so du wirst gehorchen oh noch so ein dicker kommt ja ich muss euch halt hinrichten ja auf mein schwert ist aufgeladen zimmer ordentlich schießen das müsste ja da haben wir es doch dann haben wir das auch wenigstens schon mal inventory jetzt geil so gewährt ihr mit einer chance und sinnvoller macht wenn du dein feind getroffen ist sehr schön stärker rüstung dass das das perfekt das passt ja hier so wir haben kankra wir haben diese komischen dinge hier in diesem gebiet wir haben eigentlich alles nur hier legende ja wir haben hier alles nur wir können jetzt eigentlich nur quests machen breit ist ja kommt aber das noch schnell hoch habe ich das jetzt nicht freigeschalten so wir müssen mal ganz kurz warten weil dann regenerieren wir uns wieder eine regeneration warten kurz ja komm talion regeneriert ich irgendwie so hat er es doch gemacht schön ist dass wir jetzt drei punkte haben um uns uns dementsprechend hier drei versuche immer frei haben nur eine frage der zeit habe ich da gar nicht okay so holen wir uns auch und dann leben wieder zurück alles klar gut erklärt erklärt wie danke gib mir dein leben das haben sie auch cooler gemacht in dem teil dass du früher diese übernahme machen kannst und vor allem dass du halt schneller dass du halt schneller das erhalten hast ne weil das war so ein bisschen am ende ein bisschen leben ne also so es war schon noch cool aber es war halt so da hat was gefehlt wo war der wieder eine schönheit hier nur so dicke ne ja machen wir es hier zack wo es hier ganz früh auch wenn es so ist da oben wir haben das ist das ist das ist das ist das ist das ist das Ich bin dein Wettbewerb! Mich nicht. Ich bin dein Wettbewerb! Komm, 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 komm! Yes! So, Rückzug. Was immer du verlangst, Herr. Ha! Na, komm! Los! Na, los! Ah, Talion! Los! Ah! Wenn du einen Befehl hat, hast du deinen Leibwächter entlassen, möchtest du das? Nein! Er ist mein Leibwächter, was ist mit ihm los? Was ist mit ihm? Nein! Todkrank! Okay! Goond! Yes! Nein! Keine Leibwächter! Das macht es nur kompliziert! Okay, krass! Ihr könnt mich mal, ihr beiden! Tschüss! Tschüss! Wie geht's, heller Herrscher? Hast du dir noch einen Anhänger geschnappt? Dann hast du bald eine richtige Armee! Aber denk daran! Eine Armee braucht Befehle zum Befolgen! Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden! Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du dich magst, aufschlitzen soll! Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen! Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge! Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet! Das ist der reinste Spaß, mein Freund! Der ist so gut! Ich liebe ihn einfach, ne? Gut, mein Menü! Okay, Escape! Gound! Genau wie Erzfeindaufträge ist auch ein Gefolgsmannauftrag für begrenzte Zeit aktiv! Läuft der Zähler unter dem Auftrag ab, wird der Auftrag automatisch geklärt! Dein Gefolgsmann wird versuchen, diesen Gefolgsmannauftrag allein zu bewältigen! Aber du kannst ihn... Okay! Ne, dann machen wir das mal direkt! Wo ist das? Hier! Oh! Hey, Kollege! ja ich wollte ihn einfach töten weil er mir auf den sack ging weil es sich wieder einfach eingemischt hat er wollte die bestien mordor spenden so sind sie beherrschen was sie können so töten sie so ich will einfach nur ganz schnell hier zack hier vorbei und dann ganz schnell mal gucken ich ziehe über sie schon wieder total ich merke das schon wieder es wäre halt schon cool aber wenn dies goldner das hat immer geiler talion ah das ist manchmal so schlimm nein talion meine herren haltet ihnen bloß nicht den arm hin ich lasse sie schon seit tagen hungern nur keine soll quält sie so stark ihr könnt ich war drei Es ist halt so gut, weil wir halt parallel die Armeen dazu hinzufügen können. Ich hoffe, dass die Explosion gefallen hat. Oh, er hat ihn. Okay, ich wollte ihn eigentlich so killen, aber gut, hast du gut gemacht, mein Guter. Hast du super gemacht. Hast du gut gemacht. Bin super stolz auf dich. Ist Talion jetzt nochmal ein bisschen stärker geworden? Ja, Stufe 15. Du hast es gegeben, ihr Blut. Nice. Ist halt für uns richtig gut, Mann. Nein, den wollte ich doch nicht. Ist halt cool gemacht mit diesen Anführern. Muss man halt schon sagen, das haben sie bedeutend besser gemacht. Dass man so viele Fähigkeiten da einsetzen kann. Jetzt haben wir auch nochmal von besiegten Feinden ein. Oh, das ist geil. Das finde ich schön. Das freut mich richtig. Das ist mein Hauptmann oder höherer Rang gegen Orks. Hochwertige Ausrüstung ist natürlich auch richtig gut, ne? Talion, Stufe 17. Ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.